Verkippen wir uns jetzt! Wer als Tänzer in Kuba denkt? Kommt ein Kabel nach meinem Befugnis überhaupt nicht vorbei. Er tritt auch mit einem Solisten auf, und er hat auch eine Ton-Tänzer-Liste drin, hat sich gestartet, indem sie regelmäßig um Warnstuhl und Tänzer-Stuhl-Kulierwerke inszenieren. Begrüßt mit mir! Und jetzt, die Achtung von Skalmanie mit einem Kuhkabisch-Totlander-Stuhl. Die Achtung von Skalmanie! Die Achtung von Kanarzen Die Achtung von Kanarzen Musik 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 Applaus